Eindeutig Einsturzgefahr, okay. Wahrscheinlich bei jedem Haus hier, oder? Das ist ein guter Trick, um zu sagen, ich bin zu Fall, mir die Häuser hier auszudenken. Die baue ich euch nicht, ihr könnt einfach nicht rein. So wird es nämlich sein. Aber ist ja auch okay, kann ich auch irgendwie verstehen. Zuletzt bei Feuer um Mitternacht. Wir verließen die Höhle und wurden recht schnell in einen Kampf gegen drei Skelette gezogen. Dieser Kampf zog sich weniger als gedacht, da waren die Vögel irgendwie schwieriger. Allerdings schien es da nicht so wirklich gut zu gehen und er hat zwei Tage am Stück durchgeschlafen. Nachdem er ursprünglich es anders vermutet hatte, musste er sich da eingestehen, dass er keine andere Wahl hatte, als die beiden Mädels zu begleiten. Und nun begeben wir uns auf die Suche nach einem Artefakt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feuer um Mitternacht. Ja, beim letzten Mal, das wurde ja gerade schon ein bisschen zusammengefasst. Also begeben wir uns nun auf die Suche und mal schauen, was das für ein Artefakt-Streibstrich-Licht sein wird. Äh. Oh. Aber erstmal kämpfen wir noch ein bisschen. Gegen dieses Knochengerüst. Haha. Verteidigt sich? Näää. Ja, es verteidigt sich wirklich nur selber. Ja, das ist ja dämlich. Vollstrecke. Vergiss es. Das darf schön Sie hier machen. Dam, 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 bam. Weißt du, Fischernmehr bringt's bei ihr nicht. Oder? Doch, eigentlich schon. Dam, 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 dam. Vollstrecke. Lichtbogen, yeah. Ja, bam. Oh. Die anderen waren aber nicht so schnell platt. Lag aber auch daran, dass sie zu dritt waren und ich mir zwischenheilen musste. Das musste ich hier jetzt so gut wie gar nicht machen. Aber es hat mir recht sein. Äh. Ach so, das ist zu... Okay. Äh. Äh. Ich würde gerade mal gucken. Habe ich hier irgendwas, was, äh... Nicht heilt, sondern erhöht? Irgendwelche Werte? Ja, der Ankh. Die HP. Das gilt mir ihr mal. Mondamulett, die MP. Das könnte sie gebrauchen. Alter Kral, den Geist. Das gibt mir mal ihm. Ach komm, das gibt mir nochmal ihm. Agi geben wir mal auch mal ihm, weil ihn haben wir ja quasi immer. Angriff um 5. Äh. Ja, komm. Knall es ihm rein. Was macht der Apfel? 20% HP. Der Honig. 20% SP. Ach, ich habe auch noch Honig. Na, das ist natürlich nice. Das könnte sie hier mal brauchen. Und dann, äh... Könnten wir vielleicht noch... Ja, nee, gehen wir erst mal weiter. Hier besteht eindeutig Einsturzgefahr. Hi. Nichts. Okay. Äh, wo war jetzt dieser Tempel? Bestimmt im Westen, oder? Die ist Tote Bisa. Und dann dürften die auch schon recht schnell Blatt sein, oder? Dafür, dass sie die Tote Zone eigentlich meiden wollten, ist ja recht schildig. Bam. Das wäre echt schade eigentlich. Da-da-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Critical und tot. Sehr schön. Melissa bekommen. Okay. Eindeutig Einsturzgefahr. Okay. Wahrscheinlich bei jedem Haus hier, oder? Das ist ein guter Trick, um zu sagen, ich bin zu voll, mir die Häuser hier auszudenken. Die baue ich euch nicht. Ihr könnt da einfach nicht rein. So wird es nämlich sein. Aber es ist ja auch okay. Kann ich auch irgendwie verstehen. Ich habe ja selber auch mal angefangen. Weil es ist so ein Spielchen. Habe es aber nie durchgezogen. Muss ich ja zugeben. Mal schauen. Vielleicht werde ich euch eines Tages mal zeigen, was ich da so zusammengeschustert habe. Vielleicht, vielleicht. Mal schauen. Aber jetzt will ich erst mal gucken. Der hier steht auch nicht auf, okay. Ja gut. Da links ja die Stadt ist, wo wir eigentlich weiter wollten. Da war ja auch die Straßensperre. Müsste ja rein theoretisch hier dann dieses Tempelding sein. Wo die hinwollen. Die beiden Damen. Also schauen wir da mal entlang. Aber erstmal sacken wir alles ein, was nicht nid- und nagelfest ist. So viel ist ja wohl klar. Genauso wie die Einsturzgefahr klar war. Aber man kann es ja mal versuchen. Hier, oder? Komm. Eindeutig Einsturzgefahr. So. Äh, okay. Hä? Wo sind wir denn? Die ist hier gelandet. Kann ich hier irgendwo... Nein? Okay. Dann halt... Nicht. Jawoll. Äh, okay, dann kämpfen wir halt. Dann kämpfen wir halt. Einmal Malice. Angriff. Ja, machen wir mal eine Fackel. Achso, der wird hysterisch. Ja, nenn mir das zweite. Oh. Ja, ich bin ein Depp. Ich wollte eigentlich das zweite nehmen, aber... Ich hab die Tastenbelegung irgendwie vercheckt. Angriff auf das zweite, Angriff auf das zweite, Angriff auf das zweite, Angriff auf das... Achso, sie kreift eh alle an, okay. Achso, sie macht eh wenig Schaden. Achso, sie macht eh wenig Schaden. Angriff auf das zweite, Angriff auf das zweite und los geht's. Das müsste jetzt dann ja langsam mal Blatt sein, oder? Ja, also. Achso. Achso. Okay. Das hat auch nur allzu viel ausgehalten. Okay. Ähm, ne, ich hab da die rechten beiden Schultertasten auf Enter und die linken beiden auf Escape, aber ich wollte dann mit der oberen zurückgehen, nachdem ich mit der unteren bestätigt hatte. Und, ja, man sollte sich halt auch schon seine Tastenbelegung merken. Das soll vorteilhaft sein, habe ich mir sagen lassen. Ähm, es soll in der Tat, äh, sinnvoll sein. Okay, ähm, aber ich denke, es ist durchaus besser mit dem Controller. Ich glaube, ihr hört seither wirklich weniger das Getaggere von den Tasten. Insofern, schauen wir einfach mal weiter hoch, was uns da erwartet. Oha. Also, wenn da auch Einsturzgefahr besteht, dann weiß ich auch nicht. Ich sag mal besser nichts, weil ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir tatsächlich Einsturzgefahr und keine Einsturzgefahr vorstellen. Deswegen sag ich da mal besser keinen Spruch von wegen ich fresse ein Besen oder so, weil ich weiß es halt nicht. Hier geht das rein. Okay, Moment mal. Das klingt nach dem, wo wir hinwollen. Ach, du lebst wieder. Ja, das ist ja nett. Dann will ich jetzt nämlich erstmal hier rechts abchecken, was geht. Das ist die falsche Richtung. Alles klar, wir wollen oben rein. Und coole Musik auf jeden Fall. Ach, das ist eine Tür. Das war nicht als solche erkennbar, finde ich. Das gelät, das ist doch sicherlich böse. Hi! Nicht? Aber wieso blutet hier denn alles so? Und das wäre der Hell. Jetzt vielleicht? Nö. Da-dam. Da-da-da-da-dam. Ich bin Linkshänder, deswegen gehe ich immer erst den linken möglichen Weg. Oh. Okay. Achtung, Leute! Und los geht's! Okay. Knochengerüst. Immer diese ollen Klappergestellchen. Da gönne ich auch mal einen Vollstrecker. Bam! Bam! Dam-dam-dam. Imponieren wir mal. Der erste ist hysterisch, okay. Dann sollten wir wohl auf den zweiten gehen. Dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Burn und tot. Erledigt! Da-dam. Bereits unlicherlich. Die Schrift. Die kann keiner entziffern. Es war halt eine Sauklaue. So wie ich früher. Ja, ich hatte früher auch eine Sauklaue. Und es wäre der Hell. Okay. Da-dam-da-dam-dam-dam-dam-dam. Ich sollte eine Kastat. Ja, in ihn wollte ich die reinknallen. Verdammt man, das war echt. Kastanien-Verschleuderung. Vergeudung. Ich denke, es ist hier hell genug. Schade. Aber sie hat recht. Es ist hier durchaus ordentlich hell. Immer diese Zwischen-Events mit Spinnen und so. Die gefallen mir ja recht gut, muss ich sagen. Und vor allem auch in so einem verlassenen Haus hier. Da kommt das richtig gut. Wenn man das Haus nennen will. Vielleicht ist es auch ein Schloss oder so gewesen. Aber es sah nicht gerade schlossig aus. Äh, Moment mal. Ein Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Du bist ja überhaupt nicht eitel, was? Äh, schön. Scheint abgeschlossen zu sein. Jaja. Scheint abgeschlossen zu sein. Es könnte man einen doofen Spruch bringen bezüglich dem gar nicht eitel und dass er sich das von ihr hat anhören müssen und so. Aber man könnte es auch lieber lassen, ne? Äh, so. Ähm. Dann gehen wir mal hier lang. Okay. Da waren wir vorher schon mal kurz. Scheint nicht allzu groß hier zu sein, wenn so viel abgeschlossen ist. Aber wir können auch erstmal... Und das wäre der Helm. Was zum Geil ist denn da rechts los? Das sieht aus wie eine verzogene, eine schreiende Fratze. Aber sagen sie nichts zu, okay? Weiter geht's. Achtung! Da ist was! Angriff! Okay, Mann! Okay. Knochengrüst erscheint. Ach, wisst ihr was? Die macht es mit zwei Lichtbögen. Bam, bam! Vielleicht kann ich euch auch bei einem belassen. Schauen wir mal. Knabbert an dir. Laura fällt in Ohnmacht. Okay, ich belasse es mal bei einem. Bam! Spring zur Seite. Okay. Okay. Critical! Und weg! Weg mit dir! Lavendel bekommen! Ja, den können wir jetzt auch gleich brauchen. Die gute ist nämlich irgendwie weggekippt. Hier, hast du? Und dann geben wir dir... Ja, wir geben dir eine Kastanie. Hier. So. Friss die Kastanie. Und leiste uns weiterhin so gute Dienste. So schnell kann sich die Meinung ändern, ja. Äh, das wollte ich nicht. Darf ich jetzt bitte wieder... Ohne Event? Danke. Ah, hier oben. Und es werde hell. Ich warte noch darauf, dass dann irgendwas getriggert wird, wenn ich es hell mache. Ich warte noch drauf. Dam, na, dam. Was eingesagt. Los geht's. Weiter geht's. Ist das hier etwa... Nee? Und es werde hell. Und es werde hell. Nur die erste Tür zuerst, wie gesagt. Ich bin von links nach rechts veranlagt. So als Linkshänder, ne? Ja, komm. Knall sie einfach weg. Bam, bam. Da fällt in Ohnmacht. Was zum... Ach, die haben einen One-Hit-Skill, oder was? Ja, das ist ja übel. Aber den haben die sonst noch nicht gehabt, oder? Sie haben ihn einfach nie eingesetzt. Ja, der ist mir erst neu. Was zum... Deswegen twoppen die auch ständig Lavendel. Das ist ja mal übel. Das ist ja mal übel. Das ist ja mal übel. Da, 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 da. Ich finde, von dieser Art Skills, ich meine, wir haben ja auch selber ein paar, die mit Glück dann einfach instant K.O. sind. Ich finde das einfach nicht gut. Sorry. Ich finde das einfach nicht gut. Weil das halt sowohl für dich selber als auch für Gegner, wenn du solche Skills machst, das bringt viel zu viel den Glücksfaktor in so ein Spiel. Das finde ich einfach nicht gut. Scheint abgeschlossen zu sein. Okay. Dann ist hier auch nochmal ein Schalter und dann ist chillig, ne? Okay. Hierbei scheint es sich um ein Buch mit Wiederbelebungssprächen zu handeln. Ja, dann... Lernt sie! Lernt sie! Mann! Wobei, wenn ihr dann als Skelette wiederkommt, besser nicht. Hehehe. Da, 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 die, 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 die... Gut, aber ich würde sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedenke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann sehr freuen. Und werden wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Feuer um Mitternacht. Bis dann! Macht's gut! Ciao, Leute!